Was bedeutet jetzt homonym? 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 Nie gehört, keine Ahnung. Irgendwas mit Spur oder so? Vielleicht alle möglichen Synonyme für Schwule oder Lesben, weiß ich nicht. Ne, das Gegenteil, ne? Ein Homonym? Also nicht homophob, aber vielleicht sowas in der Art? Klingt wie so eine Mischung aus anonym und homosexuell, keine Ahnung. Ein Gleich, irgendwas mit Gleich. Homonym, keine Ahnung. Was heißt es denn? Wir haben das Anyway nicht in Homonym umbenannt, sondern ein Homonym bedeutet, dass zwei Wörter gleichgeschrieben oder gleichausgesprochen werden, aber eine unterschiedliche Bedeutung haben. Wie zum Beispiel Bank. Der Fall des Zitzes. Dosen war eine Marke. Das war jetzt. Die Musik in der Mitte. Die Musik in der Mitte ist das Programmierenden. Sie haben für so ein Programmierende Karten, das waren also ein Programmierende Karten. Und sie haben das Programmierende Karten, das wurde darf.